da kommt er der quiefernsattel ja aber der andere ich dachte es gibt auch satte fitterne laxauros ich finde ihn aber nicht zum lernen und nicht überhaupt wie hoch da sein soll die sind ja alle 18 19 schauen wie das mit sich der liest ob das man reiten kann normalerweise kann man jeden reiten schildes elf kann als reite genutzt werden kann beim reiten rockenwerfer benutzen echt aber die ganze sache die der kann ok ich habe gekämpft in der in der arena dabei bei allen arena gegen den raloxaurus lux dass das ist das gleiche model nur größer mit zu kronen im kopf und andere farbe bei streifen ja so muss es eine raloxaurus sattel sehen ich ziehe nichts mehr versuche gerade meine fackel in die hand zu tun kann aber nicht die nummer zwei gibt er mir nichts mehr ok ich ein bolly pop abgeschorene zuckerwatte schmilzt zuckersüß im mund ja genau dich suche ich hier komischer kaufst du warte dass das rein rein das hier ach so wir haben gar keine leder gibt ja eben fünf reingetan wir haben nur fünf ok erfi kacillit ich finde halt das zum skill nicht relaxa oder so ich finde nicht in der leiste also in diesem skill baum chillet man sieht ja auch die farbe von dem typen halt eigentlich sogar vielleicht noch tiefer gehen ich dachte ich darf nicht muss ich so tief gehen aber jetzt mit 44 ok na gut ich dachte ich muss nicht so tief gehen wenn die eh schon hier sind hochwertige metall waren 100 35 polymer platten 100 mental waren und 85 halbium bruchstücke wir wieder hast du kein mensch weiß warum die nicht einfach in ihren hurenbetten schlafen hast du viecher da die die helfen zum baum genau kurz schlafen und sie wieder wir sollten ja nicht beim kühlschrank liegen und nirgendwo anders erst mal munter noch vor als ob wir jetzt voll wenig stehen haben wir hatten ein weizenfeld und ein bärenfeld wir hatten zwei zerkleinere wir hatten eine mühle eine zerkleinere nicht zwei ok jetzt haben wir zwei wir hatten zwei zerkleinere eine mühle das förderband hier müssen wir dann noch einmal umstellen kleinere primitivokal werkbank habe ich da mühle waffenwerkbank das ist draußen zucht fahren wir nicht das fließband ist ist ja noch da oder dann was haben wir noch ein kochtopf weizen futtertrog verteidigung stationär sie durch springbrunnen ist drin ja hier also ich habe holzfäller lage hast du steinbruch hier steiner da holz hoch oben haben wir wir haben wir haben sich auch schon gesehen holz so lange feuer futtertrog kochtopf ich bin gerade alle meine bauten gebäude durch messer nicht besser nicht dann kann ich dir nicht mal zeigen wie groß das zucht denke ich passt hier nämlich nicht rein geht das so nicht ja warte mal wir gehen aufs dach also ich kann ich kann es ja selbst mir anschauen ich habe das ja auch ja ja wir gehen wir gehen aufs dach wir müssen hier irgendwo hin bauen zucht fahren hier ist die tür ja ich wollte hier raus das ist keine tür das geht nicht kann in diesem bereich nicht gebaut werden zu nahe speziellen bost bauwerk das sagt doch jemand um die tür gespawnt wird hier rammeln lassen hier hier sieht schön aus so ich bin hier richtig ich bin hier richtig und hier steht überall muss vollständig aufliegen ich lege hier auch gleich was auf mal hier wird es gehen ich habe hier eine durch meine weg ja ich kann mich gerade so bewegen ja so groß ist ja gar nicht so oder ist genau wie das andere gehege nur ein bisschen mit mit ist romantischer gemacht wird halt gefühlt hat doppelt so groß wie helfen die denn mit die anderen gar nicht oder von unten ich dachte die tun es aber irgendwie nicht oder die kloppt da kloppen schon welche eier so ich kann nicht mehr springen ich bin überlastet so paarung ausgesetzt die pfalz müssen männlich weiblich sein eine torte fehlt benötigt alle paarung ausgesetzt okay ja wenn so lange kein angriff ist die brauchen keine 20 stunden die werden ja eier legen die wir ausblüten müssen also je nach tier gibt es ja keine falte dass man hier reinkommt wenn man hier oben wenn man hier oben setzt läuft wird wenn man zurück gesetzt du nicht ich gehe nach vorne das wird jetzt ich komme mir gar nicht weg ich bin doch zu schwer ein paar kilo jetzt ja das war weil ich zu schwer war ja wir müssen hier einfach von unserem schiefdach noch irgendwo eingang brauchen wir direkt ins schlafzimmer cool aber die fläche wieder hinklatschen richtig oder wie ich habe gesehen dass irgendwelche fischer sein ob das durchdacht war oder nur so die fischer hier waren alle nur zum bauen zum also zum mitbauen dachte ich mir was kalt bei den kisten ist alles zu schwer oder hier ja ja gott ich habe das andere einfach gesetzt wild und tausend stunden so wir packen halt alle holz das spiel nicht mehr synchron ich habe immer probleme ich bin total verpackt diese stein links da ist wenn du zu schwer bist dann geht gar nichts mehr dann kannst du nichts mehr auflegen ist es ist es nicht ich wollte mir komplett flüssig ich wollte mich so schwer bist dann geht es nicht mehr wenn du normal leicht bist dann ist okay ich kann nicht mehr aufteilen jetzt ist es jetzt ich kann nichts mehr verschieden nicht mehr außer nichts kann ich gerade auch nicht ich glaube muss mal neu gestartet werden also selbst überladen kann ich hier noch mal laufen wollte mich so komisch ich kann auch in der tasche nicht mal ich glaube auf slot 2 kann ich schon lange nichts mehr setzen 2 ist kaputt bei mir ja einfach mal starten oder ja ich geh mal zurück doch bin wieder da die laufen alle wild rum hier und ich habe sogar ein bogen auf der 2 wusste ich gar nicht da kann er sich die nicht einfach merken nee das tut er nicht jedoch bei last joint nicht das geht alles nur bei community server dann mache ich das zeigen hier wenn das so deklariert dafür sind es wieder ich habe das in der text file aber du bist meine text file das ist auch okay hauptsache irgendwie zwischen gespeichert 6 6 6 komplement das ist und ich wollte schon mal wenn ich noch wieder mit schrift aufteilen wenn ich zu schwer bin wie bewege ich mich dann 800 plus wissen zu krass ich stehe noch komplett eines nehmen mit steuerung steuerung klick ja ok geht alles normal meinetwegen kannst du wieder normal bewirken hier ja muss ich überlegen was was brauchen und einmal noch bitte strom an der hat noch 70 prozent akku nur das fließband bitte einmal anheben kaputt machen ja auch wenn ich mich nicht bewegen dann da stehe ich hier und dann kannst du es da in der wand wieder anbrennen oder geht das nicht geht maximal so oder ich will nicht guck da hinten an den tisch perfekt mehr konnte ich mir nicht bewegen nach vorne also gar nicht ja ist okay ja du kannst du hier hin bauen näher auf das wo der generator steht genau mittig dann nicht da hat noch 70 prozent strom da kann halt stehen bleiben es ist ja ruhig dann können wir ja noch aufladen ist auch egal ja gut das scheiß viel soll doch auch was machen wie c da weiß ja gar nicht ob wir das überhaupt hier draußen brauchen den generator aber drin so ein viech zu haben auch nervig so gesehen so schon richtig wir wollen nicht so nah sein dem ding kann ich jetzt auch da ist der eingang hier auf jedem moment da nicht ganz auch hier in der ecke oder hier auf dem weg nicht zu nah damit und ich denke nicht so komisch hinschmeiß ich das ist so hier egal ich kann noch mal die bauherren holen ja die kommen ja eh so wie du wirst oh mein gott elite truppe wilder trupp ich bin aber ready soweit ich habe ein hp da bist du selber schuld die ganze zeit gesagt mach was wo ist denn mein boss jetzt hier da der brauche ich den brauche ich haben wir jetzt echt von der anderen seite da wo die tür offen ist da kommen sie scheint ich habe mal gesagt zum angriff da bist du du gehst schon vor gut und ich auch mit level 28 dienst als hause schaden gemacht der brauche hat keinen bock anzugreifen was das dass der bock hat anzugreifen ist nicht auch komisch angriff zum befehl weg spawn wieder hin spawn machen nichts wieso macht denn der brauche nichts ist das wieder verbuggt oder so scheiß keine ahnung das ist das wieder verbuggt oder so Woa! Was denn? Das hat sich gesprengt und schüttelt und gewanschattet Er ist despawned Aber der Drache, was ist denn das? Befehle, Angriff, alles, alles Keiner, meine haben alle aufgehört Die haben am Anfang geschossen Die Kleinen haben auch aufgehört Ich habe sie ja sogar Hier dieses Befehl zum Angriff Auf mein Ziel Beides, nichts Niemand Kommt mir jetzt immer komischer vor Jeden Tag das Ganze Und auf den Großen kannst du hier noch nicht drauf setzen, ne? Ne, das dauert noch ein bisschen Das ist noch später Ja, ich setze mich auch einfach drauf, ne? Ja, ich komme ja auch und chillet, habe ich auch Aber der kann ja nicht so gute Fähigkeit Ich dachte, der macht das Aber wenn der gar nichts macht Das wird voll beschissen Bei Bosskämpfen eigentlich ein schönes Team So Boah, passiert halt nichts So, ich tue dann die Viecher wieder rein, oder? Oder raus, oder wie auch immer Okay, wir haben die zwei passende Feuerfuzzi Ist die depressiv? Ne, ne, ne Gut Ja, ich tue mal ein Schaf Trotzdem mal mit Vielleicht ein bisschen Wolle Soll ich den Schild weg da? Okay, Schaf, kommt mit Ähm Fuchs kommt auch mit Hatten wir auch Zwei von den Typen am besten Bewässerungs-Bewässerungs-Uschi Glaub ich, haben wir andere Eben Können die denn, okay? Ich kann auch bewässern Wieder Wieder Depressionen-Nähe Mahngeschwür Muss echt aufpassen Welche ich überhaupt hier rausnehme Die sind hier alle todkrank Ungeschickt Wohnen ständig Ungeschickt Nämlich den Aufladen-Uschi Ich glaub Die Kuh ist komplett weg Kann es sein Aufladen-Uschi Biene hab ich Schaf hab ich Ähm Kuh Ist da Und noch die Fixi Glaub ich Brauch Ähm Da Ne Wolli Ist wieder was anderes Hier Wolli Pop Was ist denn Bunny Achso Die ist ja auch noch da Was kann die Tragen Aber wo ist denn die Fixi So Von der zweiten Tag Geht es auch Obst Doch Man Nicht Eier Und Oder Mal Wieder Ein von dem weg Ähm Ich hab den wie nicht mehr Hier doch noch mal level und dann jetzt das Doch ach die sind so braun oh mein gott okay so Ich weiß nicht ob alles passt Ob die alle bewässern Was machen die jetzt alle hier Okay jetzt Jetzt macht der Typ keinen Strom sondern Macht hier Könnte einem das in der Bude hier so eng Ja ja ist es ist es deswegen ist er kein Die Depression kriegst du hier Achso der kann doch nicht weil das noch nicht fertig ist Entschuldigung Jetzt kann er jetzt soll er auch Ja ja ist er nicht mit der schöne Aussicht oder so ist halt Ist das halt jetzt so Ne Ja ich mein im Haus nicht in Hier drin ist schön hier ist alles Stein hier ist alles clean Scheiß auf Natur Natur main man Also Natur Im Spiel main in echt bin ich ja halt immer gefangen drin Deswegen bin ich immer so froh dass ich das Gegenteil habe im Spiel Ja guck aus dem Fenster Ne ich bin ja oben am Dach Dann guck halt da rum Siehste Ich weiß mir schon zu helfen hier Mach den Fixie Hungrig depressiv Scheiße warte mal Ich habe jetzt doch so Ist das das Äffchen von dir? Äh kann man noch? Sekunde ne? Fuck Ja wenn der hungrig ist dann isst doch was Muss ich ihn hier füttern anscheinend Hab ich Hab ich Noch ein Chilid irgendwo? Äh so ein normaler Chili-Vanilie-Erfe kann sein weiß ich nicht Passt passt Ich habe ihn jetzt getauscht und da war depressiv der Sack Machen wir noch ein Chilid? Ja hier Da aber ich will den nehmen So jetzt halt An was für ein Viech bei A erinnert mich der denn? Wer? 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 Der Chilid Wer weiß man Also ich hab jetzt ne Huhn, ne Biene, ein Schaf und ne Kuh draußen Die sollen halt alles irgendwie Naja Die geben Sachen Ob die noch jetzt alle anpflanzen können und so sehen können weiß ich gar nicht wo Haben wir überhaupt sowas hier hinten? Okay Achso Ich wollte absteigen und das die spawnen wieder Also das weg das ist bei so einem wachsen Ja beides hier muss halt noch Ja genau Da ist der fette Captain Hatte ich erst zweimal habe ich jetzt nur einmal Geht der geht ernten Okay die ernten von drinnen Okay passt Gott Ich hab jetzt auf eins und zwei nicht geachtet Aber Der heizt immer ein jeder Typ Okay krass Was auch immer der ein heizt Das ist okay Soll er machen Soll er machen wir ja Bock hat ne Doch lange Lange es funktioniert Ist mir das wurscht Wollen wir nach Erz von drüben Was die hier treiben Stell dir vor du hast du noch mehr Base Du bist ja Der depressiv Der dies der das der jenes Du musst ja hier ist ja Sims ja noch Für immer managen Ja Nie wieder was anderes machen Ich hab jetzt hier hinten tausend Schafe Warum holen die das denn nicht? Die können ja transportieren Oh jetzt habe ich Klick die rechte Maustaste Und hab einen Dahin getan und aus Versehen Können auch schleppen Und sogar besser weil sie ja schweben Der geht Bäume hacken lang Hey hinter mir Sind drei Millionen Steine Und die holen das nicht Warum machen die das nicht? Also immerhin das Holz und Metall anscheinend Machen die aber auch nicht alles Ist sehr sehr weird Also die hacken auch nicht alles ab Die laufen halt hier doof rum Ja keine Ahnung Ist das noch 168 Erz? Geht so Angriff Überfallkommando Hier oder hier? Ja ich schätze jedes Mal hier mal da Aber ich geh nach Hause Hol' ich jetzt einmal Erz Hab die Tasche voll Und dann sowas Ich bin wieder falsch gefordert Natürlich Und ich kann mich nicht bewegen Weil ich Scheiße In der Tasche Hier So Ich kann mich immer noch nicht bewegen Wann kann ich mich denn bewegen Wieder was Wann ist das Ding anzuwählen Erz F Hä? Oh mein Gott Wieder falsch Ich dachte ich teleportiere zu dir Aber ich bin der Ich bin der Ding gewesen Der Pfeil Ach du bist gar nicht zu Hause Ich such den anderen Pfeil Ich port immer zu mir selbst Ich bin drüben Scheiße Neben diesem Ding ist keine Kiste mehr Um das Metall abzulegen Oh Ach stimmt Ja gut Müssen wir neu bauen Ich geh dann mal eben die Dinger töten Und dann komm ich Kiste bauen Ja mach So schlimm Von wie weit die da runtergelaufen sind Ja wenn du jetzt noch mehr Basen hast Das ist ja Psychose Ich glaub wenn wir gar nicht da sind Passiert nix Ich geh mal testen wenn du weg bist Ein bisschen stagniert das Ganze hier jetzt heute Sehr wild Da Okay Aber gut Der geht nicht mehr rein Elzer Oh jetzt lädt ihr aufpasst Müssen wir noch ganz viel Licht hinmachen in die Bude Und die zwei gehen wieder Weiß ich nicht So wegen Metall waren okay wir nehmen Ich baue nicht mehr so viele von denen Okay okay Unsere Metall Sache ist Ist es geht so So semi grad Aber jetzt werden wieder 81 gebrannt dann geht's wieder Ja Dafür müssen wir wieder schlafen oder Ja Müssen wir unbedingt Licht dahin machen oder Auch komplett alles ausleuchten Ja 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 Es gibt nachher sogar Lampen Richtige Lampen Ja fühle ich Aber da braucht man dann Noch mehr Sachen Elektronik zum Scheiß Guten Morgen Oh fuck Ich hab's nicht aus dem Gefrierfach geholt Bin Alf kamen Oh mein Gott Ich hab Alexa dreimal gesagt Ja verschieb's 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 Dann hab ich gesagt stopp und dachte hey Mit dem nächsten Gedanken gehe ich aber der Gedanke ist nicht mehr Bitte nicht explodiert Die Schweinerei dafür hab ich keinen Bock grad Ganz oft so Ja ja Oh man 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 Mit dieser Kekse ey Ich hab mich so gefreut auf so ein kühles Ein kühles blondes weißt du so wie nicht Digga man Mhm mhm Okay passt ist auch noch flüssig alles gut Das muss anscheinend nicht so lange gewesen sein Aber lange genug dass ich mich wieder pinkeln muss So kack Such a kack man Hätte gern Bei dem Spiel so ein Tisch Der so ein Plan hat Wo du dann Von oben die Basis siehst Und dann sagst Der macht dies Der macht das Weißt du dass du dann nicht zu viel wird Aber so ist auch Auch blühen teilweise Mit bin ich irgendwie kaputt So kaputter Als die letzten Tage So schlafen ein bisschen Wie geht's dir denn so Boah geht so ne Ist aber so kaputt Dass ich sage wenn ich mich jetzt hinlege Entweder ich kann nicht einschlafen stundenlang Oder ich penne kurz ein für ein Stündchen Dann bin ich wach Und dann Toll ich was Dann irgendwie Ist auch blöd Bin halt noch nicht so zufrieden Sowohl auch Out of game Mit diesen Viechern hier Ich habe keine richtige Kampfarmee Der ich los kann Und die Viecher draußen sind halt Ultrastark jetzt alle Ja Du bist Wenn nicht One Shot Bist du halt Second Shot Wie haben wir jetzt hier 60 Kilo brauchen wir nicht an Bären mitnehmen 30 reicht Achso die tun die Eier auch hier rein Die tun Milch, Ei, Honig und sowas in den Futtertrog Der ist dann voll immer Aber ich glaube das essen sie nicht Die tun es nur da rein Ich brauche mal noch einen dahinten fertig Da richte die Beeren auf Hälfte 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 Neue Eier Aber wir müssten die in den Kühlschrank tun Die laufen ja wirklich krass ab Die Milch läuft ja auch super schnell ab Oh, 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 oh Wir könnten sogar den Kühlschrank in die Scheune tun Nehmen das Essen, damit der einen kürzer Weg hat Ja Und dass er hier nicht im Haus dauernd stört Und diese eine Kiste habe ich nur hingestellt, weil ich nämlich nicht mehr bewegen konnte Der wäre besser durch die Tür durch Basern, okay Jetzt hier Achso Ja, der macht eh nicht beides Also der macht, äh Ich glaube der macht jetzt die Seile und dann lässt er das komplett Also der macht nie beides So wie bei dem Ofen Vielleicht wenn es jetzt verschiedene sind schon Jetzt liegt, ach ja hier liegt Milch Wohin tut er jetzt die Milch hin? Gibt du das nicht immer? Die nächste Kiste? Die nächste? Ach ja schon Ja, ich habe ja extra hier die Kiste gestellt Ach, hast du aber gar nicht gesehen, wollte ich ja deine bauen Ja, aber Die Milch ist halt im Futterdruck Äh, hier es heißt für Knochen soll man die hier töten Die hier Finder Was die, die Die fix hier oder was? Ja Dafür gibt es so wenige Ich habe selbst nur zwei gesehen bis jetzt Okay Wieso kommt das an Schaf da jetzt von draußen? Wo ist denn? 47 Ach du Scheiße Habe ich jetzt chillen dabei oder muss ich wieder So Hier ist ein Mammut, okay Hier ist ein Mammut, okay Ist das ein Boss hier? Ron 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 Sherry, okay Ich dachte Weil ich so eins auf dieser Ding hier auf einmal Schauen wir mal, ob ich da angreifen kann Äh Ja ne, nicht den Mammut vorbeiläuft, kacke Bei mir hat Mammut jetzt nicht mehr das toten Kopfteil da Sondern Ganz normal Fie Äh, B Krass, ich kann sie nicht steuern noch vom Ding Hier Selbe Ziel Einfach irgendwo hin, dass ich ein bisschen was mache hier Ein bisschen noch leveln Wollte eigentlich äh, Chillit ausbilden Dass er höher wird Hm Hm Meine Fische sind so low So ein Ding Gibt's Noch so ne weibliche Bronto Dame gefarmt Gezähmt Univolt Ist es draußen ultrastörmisch, ne? In echt? Ich spiele so viele Nebengeräusche Alexa Temperatur Im Augenblick liegt die Temperatur bei minus 5 Grad Celsius Liebes 5 Heute wird eine Höchsttemperatur von 8 Grad erwartet 8 Grad ist heute, heute schmilzt ja alles Hey, ich muss absteigen Hier Gleiches, gleiches Target Geht Das andere höre ich grad gar nicht, ob hier ein Ding ist Wo ist hier denn hin, die Dame? Ist hier hoch oder was? Legasphäre Ja, hier ist sie Hä? Oh, tot, okay Oh, tot, okay Was gibt die? Tomatensamen und Bronchofleisch Das ist so ein großes Gebiet, als ob hier ein Bosskampf normal wäre Oh, und sein Kollege verbreitet mich von hinten, oder? Oh, und sein Kollege verbreitet mich von hinten, oder? Ich schätze, sonst hätte ich nicht so viel Schaden bekommen Ich schätze, sonst hätte ich nicht so viel Schaden bekommen Ich check nicht, wieso sie schießen Ich greife keinen Gegner an, dann schießen sie einfach schon Greife denselben Gegner an, ich habe keinen angegriffen, sie schießen vorbei Einfach einen Gegner, den ich so ein bisschen eigentlich anvisieren wollte Ja, was soll ich bei den Werten jetzt machen? Doch, mehr Leben, oder was? Angriff? Was bringt eigentlich Angriff? Deine Angriffskraft, je höher der Angriff, desto mehr Schaden kannst du auszahlen Ja, mit den Range Dingern auch, oder was? Ausdauer Bestärkung durch Rüstung, auch okay Einigung Bestes weniger Schaden, okay Aber ich würde halt leben, oder halt Gewicht Auch nochmal leben Das ist gut Ich habe eigentlich eine andere Kleidung dabei, wenn ich irgendwo hingehen Ich glaube nicht Ich glaube nicht Wo bin ich denn, wo würde ich denn? Guck mal dazu die in die Richtung Ach, hier nochmal ein Ausdauer dann Was ich halt mehr so fliegen kann irgendwie Länger Hier muss ja irgendwann noch ein Speichelpunkt sein Halt schon mal das grad Haben wir denn Tore, oder was? Gut Gut auf meinen Chillit schießen, der auf Passiv steht Wird ja gar nicht im Kopf treffen richtig Ich bin gar nicht am Kopf treffen richtig Ich bin gar nicht am Kopf treffen richtig so 1.600 punkte für das team der selben gegner nicht schießt er irgendwo hin das macht keinen sinn meine freunde und ich sage auf denselben gegner ich für sie ja kein an du kannst einfach dahin schießen wo das tag wo wo ich meine maus irgendwo habe am arsch der welt so mit euch jetzt hier jetzt schießt bitte schießen ja genau angriffe einstellen doch noch mal nicht mehr richtig einig so kann ich mir leiten doch wir haben einfach einen weg entlang doch jetzt nicht so gehe auf dem drauf sein oder jetzt glaube ich auch hühner ist irgendwas bei dir nicht wirklich bei mir auch nicht diese einhörner hier diese grill grill für sie ist ach dann bist du ja deswegen ein paar metter von dir diese vögel machen mich immer nervös über mir die greifen glaube ich mich jetzt alle an oder er hat ja dann machst du schauen auf die ach so dann mein mein typ oder was ja warum machen wir nur er und die anderen nicht weil der coole ist leder ja ok jetzt schießen die dann blöde viecher zweimal leder elektrodüse noch mal leder die da braucht man eine menge ich muss jetzt nachladen lol digga ich kann nie anvisieren und schießen ich muss immer anvisieren stehen bleiben nachladen und da ist das viel schon weg ich weiß nicht ich weiß ich habe neben dem spiel so probleme mit diesem scheiß nachladen ein clown du willst hier rum auf den berg drauf ne wenn da was grünes ist dann ja wieder so eine zychose oder was ja er fliegt natürlich hoch ich habe ich habe das nicht ganz oben auf dem spitze ich verarschen hier echt reißen man ich habe mich da hoch in die vorgelt das ist ziemlich ich krass aus mit den klippen ich glaube nicht so kommen der vogel und ich glaube ohne vogel kommt es nicht hoch haben sie andermal kommen die vogel einfach nicht vergessen was ich hier noch vermisst ist greifen und abschleppen bei allen dingen für geschichte dabei die greifen lassen dann fallen aus die kante könnte es kommen und danach dass der speicherpunkte oder in der mitte der insel ist auch noch einer und was ist da vorne so runter schaust wieder so ein elternring teil bei dir ist jemand hungrig weiß nicht ob dein vogel oder du wird dir gezeigt dass bei mir hungrig ist so was ja also wenn ich drüber schaue bei dir so wie hp ballen schon da hungrig da so orange ich gehe mal kurz lager und völkischer lasst ein so ein viechter das hier erstmal finden den typen ein wenig ist es nicht es ist ein anderer 8000 von den mann wir uns ja hier ist level 23 ja hier ist level 23 zack und die alle level so wenn ich jetzt zurückkommen und da oben hier das geht ja 23 ist ja easy ja das sind ja ich hab ja zwar nur kleine da aber geht schon du bist schon bei dem oder simon hier oh hast du ein wachst wasser ist ja voll knuffig hier da hab ich ja noch gar nicht oder yo diese wasserviecher wie mich halt immer hallo oh mann und wieder die falsche einstellung grad hallo dega ich kann das nicht mehr ich kann das echt nicht mehr diese viecher sie nervt mich manchmal jetzt so schon ja pack die scheißviecher doch einfach weg ist ja wieder scheiße doch jetzt eben mann und diese armlos macht mich auch psychisch kaputt ich schieße lädt nach schießt nach schießt nach dann schieße ich und dann lädt sie halt nie wieder nach bis ich halt nochmal schießen will so jetzt hat jetzt fliegen voll einfach schweben hier alles hat irgendwie voll und es hat voll irgendwie voll